Wenn seit dem Jahr 2015 die Migrationsfrage, die wahrscheinlich mit Abstand wichtigste Frage ist, die den ganzen Kontinent in den Band zieht, dann wäre es falsch, wenn man sich hier verschweigt. Und ich glaube auch, dass dieses System Juncker, Merkel, Macron, drei bestimmende Gravitätsfälle in dieser Europäischen Union halt verantwortlich war für viele Probleme, die wir da haben. Und ja, wir sind dafür, Europa zu schützen. Das hat die Bundesregierung auch zum Motto ihrer Ratspräsidentschaft gemacht. Wir sind dafür, den Menschen zu helfen. Österreich hat immer Menschen geholfen beim Ungarn-Aufstand, beim Prager Frühling, in der Jugoslawien-Krise. Aber bei einer derartigen interkontinentalen Herausforderung, wir nach Lösungen in der Region suchen müssen und nicht Europas Türen offen halten können, damit alle herkommen.